Welche der Helden eignen sich gut für Anfänger? Ich stelle euch zwei Tanks, zwei Damage-Dealer und zwei Supporter vor, die für Anfänger geeignet sind. Als erstes, Orisa. Sie zieht mit einer Menge Rüstung in den Kampf. Ihr Gewehr macht ordentlich Schaden, überhitzt aber nach einer Weile. Was sie im ersten, Overwatch, noch nicht konnte, ist einen Speer werfen. Damit verletzt ihr nicht nur euren Gegner, sondern betäubt ihn gleichzeitig. Um ihrer Rolle als Tank gerecht zu werden, kann sie ihre Lebenspunkte erhöhen und den Schaden der erlittenen Treffer reduzieren. Reinhardt kann ein großes Energieschild erzeugen, mit dem er sich und seine Teammates beschützt. Eine Schusswaffe besitzt er nicht, stattdessen schlägt er mit einem gewaltigen Hammer auf seine Feinde ein. Nützlich ist vor allem sein Raketenschub, mit dem er einen gegnerischen Spieler an die Wand pressen kann. Sollte euer Gegner das überleben, könnt ihr wegen der überbrückten Distanz sofort nachsetzen. Der Soldat 76, der wohl umgänglichste Held von allen, kann sprinten und verfügt über ein klassisches Sturmgewehr, kommt daher dem klassischen Shooter-Gameplay am nähesten und spielt sich somit am einfachsten. Zudem kann er sich mitsamt seinen Team-Kameraden heilen. Nutzt diesen Helden, um euch an die hitzigen Gefechte zu gewöhnen. Sojon spielt sich ähnlich wie Soldat 76. Anstatt einem Sturmgewehr besitzt sie eine Railgun. Landet ihr damit einen Treffer, füllt sich die Energieanzeige. Dadurch könnt ihr sekundär einen Energiestrahl abfeuern. Um sich flink fortzubewegen, setzt sie einen Powerslide ein. Um Team-Kameraden zu heilen, muss Moira ihre Gegner aussaugen, eingeben und nehmen. Dieser Healer kann nicht nur effektiv sein Team unterstützen, sondern auch selbst ordentlich Schaden austeilen. Dabei hilft gerade seine Fähigkeit, Energiekugeln zu verschießen. Mercy kann zu ihren Verbündeten gleiten und dank der ultimativen Fähigkeit sogar fliegen. Dadurch gelangt ihr schnell zu euren Mates, um sie mit ihrem Stab zu heilen. Damit sie Gefechten nicht völlig wehrlos ausgesetzt ist, besitzt sie mit einer Laserpistole eine Zweitwaffe. Und jetzt viel Spaß im Ausprobieren, denkt daran auf dem Trainingsgelände zu üben oder gegen die KI vorher euch zu versuchen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und Abo da. Bis zum nächsten Mal.